Es ist das erste Spiel für Interimstrainer Andreas Zimmermann von Rot-Weiß-Aalen. Seine Mannschaft möchte den wichtigen Schritt gehen, wieder Punkte zu sammeln. Das gelangt zuletzt drei Spiele in Folge nicht. Die Aufgabe wird nicht leicht, gegen Rot-Weiß-Oberhausen, RWO ja gar nicht gut in die Saison gestartet. Aber nun mit dem zurückgekehrten Mike Terranova auf dem Weg der Besserung. Die Gäste in Blau von rechts nach links mit dem Ballgewinn und Piel hat etwas Platz gegen Müller. Mike Piel, der Abschluss aber viel zu ungefährlich für Benz. Aalen durchaus besser in dieser Anfangsphase, guter Ball auf Kachinoglu. Der Linksverteidiger auf Holbrock. Klasse Parade von Benz, verhindert die frühe Führung für die Ahlner, die weiter Druck machen. Flankenball zunächst bereinigt, landet dann bei Aikud Sojak, der Mann, der seit einer Woche erst im Verein ist. Zuletzt bei Lok Leipzig unter Vertrag, steht aber deutlich im Abseits. Oberhausen mit Müller, Stenzel, zieht in die Mitte, wunderbarer Abschluss. Fast trifft er erneut nach seinen zwei Treffern gegen den Bonner SC. Eckball Müller auf Winter. Ball hinter der Linie, der Treffer zählt. Oberhausen führt nach 30 Minuten Nils Winter, der Rechtsverteidiger, mit seinem zweiten Saisontreffer. Aber was für eine. Der Eckball von Müller passgenau, er erwischt ihn perfekt. Nichts zu halten für Hester im Tor. Oberhausen auch im zweiten Durchgang nach Ecken gefährlich. Verpasster Scherenschlag und unter. Oberhausen arbeitet an einem Traumtor. Ahlen ist aber auch nicht viel weiter entfernt. Wieder Holdak. Der Kapitän hat gleich zwei wunderbare Tore auf dem Fuß. Erneut Robin Benz zur Stelle, verhindert Schlimmeres. Oberhausen würde den Sieg jetzt gerne über die Zeit zittern. Eikow, guter Flankenball, der eingewechselte Schmidt schiebt an. Doch noch der Ausgleich nach 76 Minuten. Zimmermann hat ihn 10 Minuten vorher gebracht. Timon Schmitz mit seinem dritten Saisontreffer. Ein furchtbar wichtiger dazu. Steht einfach vollkommen blank. Muss den Ball nur noch im Tor unterbringen. Und Ahlen macht wieder weiter Druck. Erneut Mike Piel aus der Distanz. Es sollte die letzte Szene in dieser Partie bleiben. Oberhausen und Ahlen trennen sich mit 1 zu 1. Ein verdientes Unentschieden. Beide Mannschaften weiterhin furchtbar daran interessiert, Punkte mitzunehmen. Insbesondere Rot-Weiß-Ahlen, die auf dem letzten Tabellenplatz stehen, sollte man noch acht Punkte bis zu den Nicht-Abstiegsplätzen brauchen. Notwendig. 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 Notwendig.